Aus der Fremde Darf ich etwas von dir erwarten, dass wir ins Kaffeehaus gehen und was, wenn ich dich sitzen lassen muss, nur eine Wasserpfeife lang, dann an der Brücke reist ein Fluss ans Meer. Das könnte schon entscheidend werden. Da schnappen wir sie uns, die frische Luft. Darf ich ein wenig bleiben, um zu sehen, welche Farbe du wirklich hast unter deiner Haut? Und welche meiner Wörter ich in deine eintauschen kann, damit aus allem Sonne wird und Freund. Freund, Freund, darf ich nach Hause gehen und wiederkommen? Immer wieder? Immer und immer wieder? Immer wieder? Immer wieder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020